Sura Bayer John, warum bist du so? Sura Bayer John, mein Gott, wir finden dich so. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, ja, da muss man kalt und härt so sein. Ja, da könnte so viel geschehen, ja, da mag's überhaupt nur... Nein! Hans Eisler und Kurt Weil, beide fliehen ins Exil. All das werde ich nicht mehr sehen Und keiner, der mit mir ging Wird das alles noch einmal sehen Und ich nicht und du nicht Inzwischen ist auch Hans Eisler in den USA im Exil angekommen Wie kannst du dir sagen, dass ein Amerikaner Von gestern Abend Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Trühen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr?